Hi, ich bin Lea und ich bin Teil des Unisportprogramm-Teams. Die Challenge dieser Woche ist es für euch, drei Minuten lang zu plänken. Damit ihr ein bisschen Variationen reinbringen könnt, habe ich euch ein Video gedreht, welche Übungen ihr während der drei Minuten machen könnt, um andere Muskelgruppen dabei noch zu trainieren. Versucht es mit mir und habt viel Spaß dabei! Vorher! Cool , du Katastkreuz Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.